Hallo, mein Name ist Kevin Balzer, ich bin 14 Jahre alt und bin Verteidiger beim SSV Reutling. Meine bisherigen Vereine waren der SV Böbling und mein persönliches Ziel ist, eine gute Oberligasaison zu spielen und mich persönlich weiterzuentwickeln. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, einen guten Tabellenplatz zu belegen und guten...